Dieser DVD ist den positionellen Varianten gewidmet. Was nennen wir durch positionelle Varianten? Es sind die Varianten, wo Weiß nicht ein direktes Angriff gegen die schwarze Stellung bekommen möchte. Er will nicht prüfen, dass die Rüffnung inkorrekt ist. Er zieht vor, sich einfach naturell zu entwickeln. Und darum ist Springer F3 der Hauptmove und der DVD. Wir haben auch das G3-System, der einige ähnliche Ideen hat. Also möchte Weiß sich ganz langsam und naturell entwickeln. So wie die Klassiker sagten, ein oder zwei Bauernzüge in der Rüffnung, dann die Springer entwickeln und danach die Läufer lochieren, die Türme konnektieren, dann die Türme nach dem Zentrum zu bringen. All das würde mit Läufer R2, Lodl-Förderei, Rohade, Damme R2 machen. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel für was Weiß auf klassischer Weise sich entwickeln kann. Obwohl es kein direktes Druck gegen die schwarze Stellung gibt, muss Schwarz immer denken an diese Möglichkeit F5. Zum Beispiel für Schwarz wäre es optimal, solch eine Struktur im Zentrum zu bekommen. Diese Mauer erinnert an der Philidor-Eröffnung oder an der Breyer-Variante von der spanischen Eröffnung. Aber wenn er zu schnell C6 und B5 spielt, bekommt er fast immer ein F5, der unangenehm sein könnte. Also für Schwarz ist es wichtig, seine Züge sehr gut zu kontrollieren, die Zugordnung und keine frühen Probleme zu bekommen. Wir werden mit, was ist eigentlich der klassische System genannt? Läufer R2, gegen jede Eröffnung, wo Schwarz keinen Kampf für den Zentrum in der ersten Züge macht. Es gibt ein System, der als klassisch genannt ist. Normalerweise spielt Weiß Springgräf 3, Läufer R2 und Rohade. Das ist auch gegen den Königszindig zum Beispiel, das klassische System. Da gibt es den Unterschied, dass der Baul hier steht. Und es ist klar, Weiß hofft immer seinen Raumvorteil zu behalten und im langen Lauf einen konkreten Vorteil zu bekommen. In dieser Stellung hat Schwarz viele Züge probiert. Ich selbst habe vielleicht vier oder fünf verschiedene Züge gespielt. Aber hier werden wir nur C6 analysieren. Das war auch meine erste Waffe gegen das klassische System. Und ich glaube, dass es am elastischsten ist. Was kann man über diesen Zug sagen? Das stellt keine konkrete Drohung. Im Prinzip konnte B5 schon gespielt sein, aber dann würde E5 sehr, sehr stark. Und es waren einige Spieler, so wie Hort zum Beispiel, der B5 am siebenten Zug spielte und immer das es ihm erlaubte. Und auch mit guten Resultaten. Aber ich denke, es ist ein bisschen nahe zu der Grenze der Risiko. Aber es gibt auch mehr abstrakte Ideen mit diesem Zug konnektiert. Erstens hat Schwarz jetzt seine Kontrollenzentrum ein bisschen verbreitet. Dann öffnet er diese Diagonale für die Dame und eigentlich räumt er dieses Feld für die Dame. In manchen Varianten kann der Springer dort gehen. Wir werden sehen, was das heißt. Denn ich habe schon gesagt, dass E5 sehr wichtig für Schwarz ist. Da auf diese Weise das weiße E4-E5 gestoppt wird. Und es scheint logisch Springer D7 zu spielen. Aber es gibt ein kleines Problem. Es gibt E5. Und jetzt zum Beispiel, wenn Schwarz so spielt, dann verliert er auf diese Weise. Dieser Springer ist gefesselt. Und leider kann Schwarz dieser Zug nicht spielen, da der Bauer noch auf C7 steht. Also hier können wir sehen, dass C6 in vielen Fällen nützlich sein kann. Oder wenn Schwarz mehr flexibel spielt, Springer E8, Läufer F4. Um weiteres Wickeln zu machen, muss Schwarz C6 sowieso spielen. Und dann später diese Manövre durchzuführen. Aber dann können wir uns fragen, warum nicht erst C6? Und dann werden wir noch sehen, was passiert. Vielleicht macht Weiß einen Zug, der nicht so nützlich ist. Denn hier kann er einfach diesen Läufer F4 ohne andere kleine neutralische Züge zu vorbereiten. Also, C6 von diesem Standpunkt ist ganz flexibel. Und jetzt möchte ich ein bisschen über das weiße Konzept sprechen. Es gibt zwei Hauptzüge. H3, der im Prinzip nicht so viel Läufer E3 vorbereitet, sondern auf einen guten Moment F5 zu spielen, wartet. Denn es würde kein Springer G4 sein. Und der andere Hauptzug ist A4. Es gibt noch andere Züge, aber diese sind die Hauptzüge. Und als ich am ersten Mal in Rumänien die Pirz-Eröffnung gespielt habe, gab es eine starke Gruppe von Spielern. Erstens Nisipano und Levente Voido und dann auch ihren Trainer Konstantin Ionescu. Sie dachten, dass Weiß keine Zeit braucht, H3 zu spielen. Er möchte gerne Läufer E3 ohne diesen vorbereiteten Zug spielen. Aber mit Läufer E3 gleich gibt es ein Problem. Dann ging er schon B5, da E5 nicht so stark wegen Springergefühl wird. Und der Läufer ist exponiert hier. Also A4, das möchte Läufer E3 vorbereiten. Und ich muss sagen, dass ich unter starkes Druck in meinem eigenen Heimatland mich fühlte. Aber ich habe durch ein System geführt, wo Schwarz ein kohärentes Spiel halt hatte. Das dachte ich eigentlich. Ich möchte H3 und A4 auf eine selbe Weise antworten. Und zwar, so wie früher gesagt, die klassischen Capablanca-Alechen sagten, erst die Springer und dann die Läufer zu entwickeln. Also dachte ich, dass auch hier dieser Zug am besten ist. Und ich hatte solch eine Variante analysiert, H3. Es gibt einige Detaile, warum Springer D2 gleich nicht ganz so gut ist. Aber das ist nicht wichtig, denn diese Variante wird nicht in unserem Repertoire sein. Ich möchte nur zeigen, mein Hauptproblem mit dieser langen und alten Analyse von mir. Wir können hier sehen, dass diese Stellung, in dieser Stellung Schwarz ganz hypermodernes Schach spielt. Und meine Analyse begann von diesem Moment. Hier gab es eine Partie, Murschett-Tore, wo Tore ein sehr schönes Qualitätshofer durchführte. Und ein ganz schönes Spiel bekam. Es gibt diese Schwächung und dann noch auch die lange Diagonale. Mit auch gezeichnetem Spiel für Schwarz. Und hier dachte ich, dass die weiße, beste Variante wird, um seinen Raumvorteil zu behalten. Und dann gibt es einige Probleme für Schwarz. Er möchte gern seinen Springer aktivieren. Aber das kann man nicht gleich machen, damit es nicht so bequem ist. Und dann fand ich dieser Zug. Es gibt eine Fesselung auf dieser Diagonale. Und eine Drohung, einen Bauern auf F5 zu gewinnen. Und ich spielte dieser Zug in einige Partien. Zum Beispiel meine Partie mit Braga ging auf diese Weise. Und hier können wir ganz gut bemerken, dass Schwarz ausgezeichnet das Spiel hat. Von dem weißen Zentrum ist fast nichts. Geblieben nur Schwächungen auf der E-Linie. Aber gibt es hier ein kleiner... Und auch Turm F3 hatte ich ganz gut analysiert. Hier muss Schwarz-Weiß tauschen, um Material nicht zu verlieren. Und dann würden die schwarzen Figuren sehr aktiv. Auch diese Variante ist bequem. Aber dann finde ich dieser Zug, Dame 1, wo leider diese Operation nicht mehr funktioniert. Da Schwarz eine Figur verliert. Und wenn so, dann, um Dame H4 mit Springer F5 zu antworten, dann wird der B4 sehr stark. Und Schwarz hat keinen Gegenspiel. Er hat keinen Raum. Er steht einfach schlechter. Das war ein erstes Problem, wenn ich das bemerkt habe. Und ich habe noch ein Problem, das gegen H3. Ich wollte auch ganz gerne Springer D7 spielen. Aber dann waren diese Varianten... Ich habe diese Variante in einige Partien gespielt. Vier Partien vielleicht, gegen starke Gegner. Und ich habe sogar Plus 1 gemacht. Aber bin ich nicht ganz zufrieden mit der Stellung. Ein bisschen passiv. Spielbar, aber ein bisschen passiv für Schwarz vielleicht. Eigentlich können Sie einen Artikel auf diesem DVD finden, wo ich das analysiert habe. Also gab es einige Probleme mit dem Springer BD7 nach H3 und A4. Und ich habe vor einigen Monaten eine Partie von Ivanchuk gesehen, Harikrishna Ivanchuk eigentlich, wo Ivanchuk Dame C7 spielte. Es ist interessant. Ich dachte, dass Dame C7 vielleicht illogisch ist. Schwarz hat seinen Damenflügel nicht entwickelt. Und jetzt zieht er mit den Damen. Vom klassischen Standpunkt ist das nicht so gut. Aber das kann in vielen sizilianischen Systemen passieren. Zum Beispiel in der Paulsen spielt Schwarz Dame C7 ganz früh. Und die sizilianische Verteidigung ist eine offene, eine konkrete Variante. Also, wenn das in der Sizilianischen möglich ist, warum sollte es nicht auch in der Pirz? Die Idee ist einfach, E5 vorzubereiten und diesen Läufer noch offen zu lassen. Wir werden später sehen, warum diese wichtig sind. Jetzt werde ich nur erwähnen, dass ich Dame C7 gegen beiden Hauptvarianten gewählt habe, als die angenehmsten für Schwarz. Wir werden noch solche Zügen sehen. Diese sind less kritisch und less populär. Diese sind der Läufer 4. Aber die Hauptvarianten bleiben noch immer diese zwei.